Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Globulus. Wir haben diesmal wieder den Horus mit dabei, weil es sich so gut reimt. Ja, reim dich oder ich presse dich. Hallo erst mal. Wir spielen wieder Food 3, weil Fußball ist gut und auf dieser Map kann man nicht so viel falsch machen. Und vielleicht gewinne ich ja diesmal gegen den Horus. Was geht's? Mal schauen, mal schauen. Ready. So. Machen wir erstmal eine Runde Grundschulfußball. Alle auf den Ball. Ähnliche Strategie. Ich sehe, da ist der Profi am Werk. Ja, ja, man sieht's, man sieht's. Und der Ball ist unterwegs. Gucken, ob das so funktioniert. Äh. Ah, nein. Ich hab einen versenkt. Verdammt. Der erste Tote ist zu verzeichnen. Der zweite. Das war ein Rettungsblock. Das war ein Rettungsblock. Meinst du, der musste sein? Der hatte gar keine andere Wahl. Der musste. Ui. Der war gut, oder? Der war... Ja, aber den hab ich nicht mitgerechnet. Das war der Flyer dahinter. Da hab ich den zweiten nicht bewegt. Ja. Vergesslichkeit und so. Uuuuund. Oh nein, 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 nein. Verdammt. Da war... Da war zu viel Speed im... Ne? Spiel. Mhm. Ja, ja. Der hat den Drogen. Wollt grad sagen, mit Speed sollen wir nicht spielen. Oh, nein. Ich mein versenken. Nicht, nicht. Nicht. Nee, nee. Dafür war der nicht stark genug. Dunk, dunk, dunk. Hä? Verwirrung. Verwirrung vom Allerfeinsten. Bin auf der falschen Seite vom Ball. Ja, weil Tu auch, ne? Irgendwie schon, ja. Ups. Ich hätte mit was anderem gerechnet, André. Ähm, ich erst mal. Oh, damit hätte ich nun wieder nicht gerechnet. So. Hey, 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 hey. Nein. Oh. Ja. Ja. Oh, das ist gar nicht schlecht. Ey, falsche Seite. Jetzt, ja, nichts Falsches machen. Und? Ach. Und? Yay. Ja, hat er die erste Runde gewonnen. Nein. Das erste Tor. Dann freuen sie sich auf die grünen Männchen. immer so. Richtig. Oh, das kann ich ja leiden, ne? Scheiße, wenn sich die Grünen freuen. Ja, das wollte ich jetzt so nicht ausdrücken, aber... Wieso? Dann wird wieder ein Bahnhof nicht gebaut. Klutsch. Flutsch in die obere Ecke. Ja. Die letzte Runde. Das ist eigentlich gar kein so blödes Fußballfeld. Gibt nur zwei Eckfahren. Meinst du, die haben sich da was bei gedacht? Ich glaube nicht. Nö, garantiert nicht. Nicht wirklich. Da hat wohl einer das Blatt falsch gehalten, oder so. Das ist gut möglich, ja. Warum ist... Irgendwie ist der Ball... Geht immer auf die falsche Seite. So das Gefühl. Ah, was? Ah, nicht doch. Oh, da brauche ich ja nur draufhalten, oder? Entweder ich gehe drauf, oder ich nehme den Ball mit. Ich bin mal klar, wie ich das machen soll. Weiß nicht. Weiß nicht, klingt gut. Yay! Ah, noch eine. Komm. Dann schaffen wir. Tja. Hättest mal nicht so viel gesoffen, dann wäre es jetzt nicht blau. Das war der schlecht, André. Ich weiß, ich weiß. Flaches Land, flache Witze. Ich arbeite dran. Merk schon. Also am Land jetzt. An dem anderen kann ich eh nichts mehr ändern. Nein! Ein Verlust. Äh, ja. Ich glaube, das war's. Ein Rettungsjump noch dazwischen, aber... Da war nichts zu retten. Es tut mir leid, auch im Namen meiner Eltern. Und... Da ist zwar nichts mehr zu machen. Ach, naja. Das ist so, Leute, gibt's. Selbe Taktik, bitte? Nein, nicht selbe Taktik. Leicht identische. Nein, der eine hatte diesmal ein rotes Shirt an. Oh, ja, 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 ja. Das macht die Taktik aus, definitiv. Richtig, richtig. Ich denke, darum geht's, oder? Ich steh auf der falschen Seite des Balls, ja, ja. Ja, das ist richtig. Und auch noch Mint-Drops, aber das... Ne, Moment, das war ein Taktik-Taktik. Nein, Taktik! Die ersten Toten, sehr schön. Die ersten Toten beim Fußballspielen, na toll. Richtig. Sonst macht's doch keinen Spaß, warum sollst du mal sonst gucken? Ich noch den Zweiten. Den Zweiten Toten? So, noch was ganz Mutiges. Tonk. Tonk, 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 Tonk. Möge ich jetzt versinken? Ja, es war ein Versuch wert. Ja, der falschen Seite des Balls. Oh, das ist fast ein sicheres Tor. Das könnte der Sieg sein. Nein, nicht schon wieder. Es ist Matchball, nein. Wenn ich's jetzt nicht verhunze, es ist der Sieg. Es ist der Sieg. Ich hab den auch selber reingemacht. Und ich hab Level ab. Ich wusste gar nicht, dass es in dem Spiel Level gibt. Gibt's Level? Ja, ich bin jetzt Level 3. Ich wusste aber nicht, wann ich die Meldung bekommen hab, dass ich Level 2 bin. Und ich hab eine Bohne gekriegt. Ein Plus 1. Eine Bohne. Was willst du mit einer Bohne? Keine Ahnung. Aber an dieser Stelle sei erwähnt, Trolles on Tour findet man auch auf Google Plus. Und da kann man auch ein Plus 1 machen. So. Ein bisschen Eigenwerbung. Ach was, Eigenwerbung schadet nie. Gut. Nach diesem grandiosen Sieg, was ja keiner anders erwartet hätte. Ja, ja, ruhig. Möchten wir hiermit auf Wiedersehen sagen? Möchten wir hiermit auf Wiedersehen sagen? Wieder am Trinken. Kein Wunder, dass du blau bist. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.